Fabian, du bist heute von Anfang an im Spiel gewesen, zwei Tore geschossen. War es ein Fehler, dich letztes Mal erst 20 Minuten vor Schluss zu bringen? Fehler nicht unbedingt. Im Pokal war es ein Fehler, mich nicht zu bringen gegen VfM. Aber jetzt letzte Woche habe ich es akzeptiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir Bissinger eigentlich an die Wand gespielt haben. Wir waren bestspielerisch besser. Das hat sich ausgezahlt mit meinen zwei Toren. Dann habe ich noch einen Assist sogar gemacht. Ich bin überglücklich. Der Trainer hat die besten Leute heute aufs Feld geschickt. Wir haben es umgesetzt, haben die drei Punkte geholt. Ich habe es mir auch im Training erarbeitet. Du bist ja als Neuzugang zu Pforzheim gekommen, diese Saison. Wie hat sich das ergeben und wie gut hast du dich eingefunden? Wie hat sich das ergeben? Ich bin mit Pforzheim seit zwei oder drei Jahren in Kontakt. Mit Torsten Heinemann habe ich es mir immer wieder überlegt, weil es eine Entfernung ist, hierher zu kommen. Ich wollte auf jeden Fall Oberliga spielen. Ich habe letztes Jahr eine gute Verbandsliga-Saison gespielt. Ich wollte jetzt dieses Jahr mein Können in der Oberliga unter Beweis stellen. Dafür habe ich mich entschieden, jetzt hierher zu kommen. Die Jungs sind top. Es ist sehr viel Qualität vorhanden in der Mannschaft. Konkurrenz ist da. Hier muss man sich schon den Arsch aufreißen, dass man spielt. Es war vorher nie so bei mir. Da hatte ich nie so Konkurrenz. Hier habe ich es. Aber durch Konkurrenz wird man einfach besser. Und ich weiß, was ich kann und versuche das immer wieder zu bestätigen und nie zufrieden zu sein. Und ich fühle mich absolut wohl hier. Ich habe mich an das Umfeld hier gewöhnt, sehr schnell. Und die Leute haben es mir auch einfach gemacht. Kannst du kurz sagen, wie du die beiden Tore gemacht hast oder wie die Tore gefallen sind? Also das eine war eine Flanke in der 45. Minute von Benny Seiler, glaube ich. Und ich sehe, der Ball kommt. Ich habe gehofft, dass er Ratifo den Ball durchlässt. Und dann habe ich ihn einfach aufs Tor geköpft, eine Strecke gepotzt da rein und ja, war er im Netz. Und das andere Tor war direkt nach der Halbzeit. Ein Konter, Johnny Zinram für den Ball. Ich hinterlaufe ihn, kreuz, spiele ihn mir rechts. Also rechts und ich schieße aus. Ich schieße halt am 16-Eck ins lange Eck. Ja, was denkst du, was für ein Potenzial in der Mannschaft ist und wie willst du dich persönlich weiterentwickeln? Also ich will immer besser werden von Spiel zu Spiel. Also ich bin eigentlich sehr selbstkritisch. Heute bin ich es nicht. Heute bin ich wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Und das bin ich selten. Heute sage ich wirklich, ich bin zufrieden. Aber ich muss nächste Woche das wieder bestätigen gegen Sandhausen, glaube ich. Und die Basis hole ich mir im Training. Und dann guck mal, was dabei rauskommt. Aber ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich in der Lage bin. Und das habe ich heute schon mal gezeigt. Und das will ich natürlich sehr oft hier zeigen. Und die Mannschaft hat das Potenzial, unter die erste Sechs zu kommen. Also das traue ich auf jeden Fall so. Es ist keine Mannschaft, die sich verstecken muss oder so vor höhere klassische Mannschaften. Hat man ja heute auch gesehen. Bissinger war für mich immer die spielstärkste Mannschaft in der Oberliga in den vergangenen Jahren. Also in den vergangenen drei Saisons war Bissinger für mich immer Top 3. Fabian, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg. Ja, dankeschön. Ich wünsche euch auch alles Gute.